Servus Pyros, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch im Test die Halloween Broomsticks von Leslie. Eine Neuheit, wir haben hier 30 Gramm NEM, 10 Stück sollen hier drin sein. Von der Länge her vermute ich jetzt fast, dass das irgendwie so Handfontänen oder sowas in der Richtung sein werden. Wir schauen aber einfach mal rein. Oh, interessante Aufmachung tatsächlich. Das hier ist also zum in der Hand halten, diese Fläche. Das heißt, die sind schon gar nicht mehr so lang vom Effekt her. Aber ich bin gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Sieht auf jeden Fall nach einem schönen, familienfreundlichen Effekt aus. Ich denke, der wird jetzt nicht allzu laut sein. Wir testen es einfach mal. Halloween Broomsticks von Leslie. Viel Spaß beim Test. Halloween Broomsticks. Kurz vor Halloween hier. Wahnsinn. Schauen wir uns die Teile doch mal an. Ich meine, wir wären jetzt nicht alle 10. Sieht echt gefährlich aus. Mensch, ich habe in der Anmoderation, glaube ich, noch gesagt, dass es sehr familienfreundlich aussieht. Findest du? Also das Innendrin. Wir haben es nämlich schon aufgemacht. Die Hexe sieht nicht böse aus. Die sieht lieber aus. Ich meine, es ist ja Jugendfeuerwerk. Aber ich grusel es gerade schon, weil Mr. Mond und so, dass einmal die Hexe da auf dem Wesen da vorbeifliegt. Ich weiß nicht. Ich glaube, du hältst es falsch rum. Hä? Oder? Ich bin mir unschlüssig. Ne, da unten ist, glaube ich, Plastik. Hä? Ne, das glaube ich eben nicht. Jetzt hören wir auf. Ich glaube so rum. Deswegen habe ich ja gemeint, dass das irgendwie kürzer aussieht. Stimmt, da drunter ist leer, ne? Oh, ich dachte schon, so ne. Ach. Ach mei. Also, äh, doch nicht so gruselig, wie erwartet, ne? Auch mir weiß man, vielleicht kommt noch. Ich frage mich so ein bisschen, wie die Namensgebung zustande kam. Broomstick. Wo ist da jetzt Broom? Oder was soll es bedeuten? Was ist Broom? Also ja, es sind Sticks, die sich auflösen, wobei das auch nicht ganz zutrifft, weil am Ende bleibt mehr übrig. Knistern ist so fein. Ja gut, ganz sanftes Knistern, das könnte vielleicht irgendwas damit zu tun haben. Farblich auch gleich. Aber schön, wie die Sterne so auf den Boden fallen eigentlich. Das auf jeden Fall, ja. Trotzdem relativ lange Brennendauer. Super! Aber fliegt leider nicht so wie Sterne. Schade. Aber ansonsten, ja, wenn sie auf den Boden fallen, das sieht schon schön aus, gell? Schon? Da musst du mir jetzt gleich auf jeden Fall auch noch mal einen in die Hand drücken. Ach, das Besten, damit man noch entzünden kann hier. Das ist noch lang genug, denke ich. Ich mein, zehn Stück sind drin, oder hat man schon... Schon Spaß mit mit diesem Set. Ich stelle mir das so vor, weißt du, die Kinder ziehen an Halloween um die Häuser, dann mit solchen Fackeln in der Hand. Ja, für die Brenndauer eigentlich gut geeignet. Leuchten sich den Weg im Dunkeln. Fragen nach Süßem oder Sauren? Süßes, dann steck ich dir die Fußmatte an. Ja, ist ganz nett. Klar, ist jetzt vom Effekt hier nichts mega Neues. Wobei, dieses Knistern habe ich jetzt so, glaube ich, auch noch nicht so oft gesehen. Na, zumindest in diesen Handfontänen. In diesen Handfontänen halt, dieser Knister-Effekt. Superblüten, aber das ist ja mehr so ein... So ganz leise, sanftes Ploppen, ja. Ich höre, so kleine Mini-Sternchen, die wo dann am Ende da so aufknistern. Schöne Teile. Die Halloween Broomsticks von Leslie. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bald ist Halloween. Bis dahin, ciao, macht's gut. Tschüss! 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 gave und s wir